Und damit willkommen zurück zu Grimdorn mit Chantal Lafichy und wir haben gerade 100 Millionen Monster getötet, ich bin zweimal gestorben. Boah, das ist jedes Mal ziemlich krampfig. Immer noch hier, ich würde sagen wir gehen hier oben diesmal lang. Ja, im letzten Fall haben wir ein bisschen, Moment hier war noch ein, ach Gerard Not, das haben wir glaube ich und den haben wir hier gerade nochmal besiegt. Ich weiß nicht ob wir das im letzten Fall auch gemacht haben, aber ja, den haben wir gerade nochmal getötet, falls wir es nicht gemacht haben. Oder falls wir es gemacht haben, also auf jeden Fall ist er tot. Es war ein Bossgegner. Oh Gott, da ist auch ein Boss. Ja. Hast du dir das gemerkt? Dann kann ich mit meinen Zauberern so ein bisschen die Gegner verarschen, indem ich einfach zu dem letzten Gegner hingehe und dann komme ich dann meist ganz gut durch. So ein Portal machen. Ne, ne, ich bin so alt gegangen. Na gut, ich habe noch ein Portal gemacht. Gutripper, also unstoppable. Nein, nur unstoppable. Der hat mich ganz schön schnell weggehauen. Ich bin irgendwie ziemlich underpowered. Uns ist nach näher Bebetrachtung unserer Rüstung auch mal aufgefallen, dass ich mindestens, äh, weiß nicht, 100 Rüstungen weniger habe als du. Ja, mindestens. Ja, eher noch viel mehr. Oh mein Gott, du hast ja nicht alles weggeräumt hier. Nein, ich bin hier hinten noch gerade mit dem Gutripper zu schaffen. Ja, ich bin hier hinten. Ja, vorhin kommt das Boss, muss ich da pass auf. Kann das nicht stunnen, oder? Ich bin hier nur auf 300 Leben runter. Ich bin gerade auf 600. Es ist schon klar, dass du das nicht stunnen kannst. Ich habe jetzt übrigens einen neuen Skill, den ich von einem Eisen-Teil ge... Es ist von so einem, äh, chilled-Steer, das habe ich in meinen Shield reingeschmiedet und jetzt mache ich, äh, ein bisschen Sachen mehr. Also ich kann das hier noch machen. Was ziemlich ineffektiv ist, aber naja. Oh Gott, ey, wenn du mit draufsteckst, ist es richtig leicht, das hier zu passen, wenn das nämlich auf mich abwagt. Das macht kaum Schaden alleine. Ja, wie gesagt, mich hat der... Oh. Food Ration. Hätte ich vielleicht nicht nehmen sollen. Was ist da, dann? Was haben wir jetzt alles getötet? Komm mal kurz, äh, ob wir die Geralts Node auch haben. Ja, da, feine endlich. Oh, fuck, Feuermagier. Hast du noch kleine Drecksviecher? Ja, aber trotzdem mache ich mich sofort kalt. Freddy, weißt du noch? Kein Leben. Ja, aber ich dachte mal, das Feuermagier ist irgendwas Großes, Feuermagier-mäßig, oder? Ja, kleine Feuermiecher. Und es gibt, das Spielwort gepatcht, gibt es einige Sachen, die wir rausgefunden, also die wir gesehen haben. Also ich weiß nicht, wann der Patch kam genau, aber, äh, oder ob es schon letztes Mal da war, aber auf jeden Fall gibt es neue Sachen. Wie zum Beispiel, äh, neun Händler in Devil's Crossing und neue Gegner. Vielleicht finden wir noch einen von denen. Vielleicht nur groß und die... Vielleicht nur groß und die... Oh, jetzt geht es wieder, okay, ja. Das war gestern, das letzte Mal auch bei der Stelle hier. Ja, letztes Mal hing der Server irgendwie auch ziemlich hart. Ihr habt gerade gesehen, die Viecher machen mich ziemlich schnell down. Am besten wär's, wenn du in der Fernkampfklasse wärst. Ja, irgendwie schon. Aber die machen irgendwie kaum Schaden, ne, die ganzen Fernkampfwaffen. Eigentlich schon, also. Ich bin tot. Nein, ja doch. Du stehst bei mir übrigens vor der Tür, ist das richtig? Ja, ich stehe vor der Tür und schlag, äh, also. Ich stehe so, ja doch, ich stehe ziemlich weit vor der Tür und hab da dann so raufgehauen. Und auf alle Viecher, die ja durchkommen. Okay. Gott. Hast du ein Portal? Nee, bin durch das Alter gegangen. Das Alter, was ich gesetzt hab, was ich nicht setzen sollte, weil du schon durch das Alter gegangen bist. Hm. So. Ich muss nur sagen, im Single-Player ist das Spiel bei mir damals auch richtig oft hier abgestürzt, also. Bei diesen Teilen. Okay. Das nervt mich ziemlich. Herr Wums, nur Dank. Ähm, hier war nur so ein kleiner Nebenraum. Glaub ich, hier können wir gar nicht weiter, oder? Können wir hier durch. Sieht nicht so aus. Äh, nee. Kannst du auch nicht einschlagen. Schade. Das heißt, wir müssen wieder außen rum, so wie letztes Mal. Wo wir ja nur einen 13-Minuten-Part gemacht haben. Naja, stimmt. Warum eigentlich nochmal? Weil du keinen Bock hast zu cutten. Du lägst in der Stelle fest. Also du läufst auf der Stelle. Und ich kann, oh doch, ich kann was angreifen, oh mein Gott. Ich hatte auch gerade ein Miss. Ich hab dauernd Misses. Also für die, die das jetzt nicht verstehen. Nee, hier waren wir schon. Für die, die das nicht verstehen. Ich hab mal so überlegt. Alter, ich hab ziemlich viele Misses. Dafür, dass ich, ähm... Zwei-Schwarz-Kämpfer bin. 414 Scharbe mit meiner Special. Und standardmäßig mach ich so 180. Also ich mach so mit meiner Special. Oh mein. Ich hab ein One-Hit hier. Machst du mir ein Portal? Äh. Waffen. Also ihr seht schon, ich steig ziemlich oft. Das nervt mich auch ziemlich. Oh Gott, ich weiß auch wieso. Das ist ein Carps-Vie-Fight. Das ist ein richtig ekelhaftes Drecks-Vieh. Das hat mich gewone-hitet. Ich hab, ich hab gerade tausend Schaden gekrittet. Kack. Krass, man, 100. Okay. Ich weiß nicht, wie viel ich gritte. Du, oh Gott, du leckst schon wieder auf der Stelle fest. Geht's wieder? Nein. Bist du schon hier vorne bei den Spinnen? Äh, ne, ich bin hier gerade bei der Treppe oder so. Ah, schön, ich lege. Ja, okay. Ja. Ich glaub, es ist echt an diesem Dungeon hier. Und da mein Server vielleicht, aber hauptsächlich an den Dungeon. Ich kann nichts machen. Du stehst bei mir auch da oben einfach rum. Jetzt hast du das Spiel verlassen. Ah, Lost Connections Server. Gott, verdammte Kacke, nervt mich das. Willst du mal als Server machen? Die Safesite müsstest du ja haben. Doch, klar. Das ist einfach nur, das ist doch genau wie bei Tidepress auf dem Charakter gespeichert. Ah, falsches Passwort. Ich geb das immer so schnell ein, damit man das hoffentlich nicht lesen kann. Ist ja eigentlich auch egal. Ja, mein Server ist nicht sauerhaft offen, also von daher. Ja. Ja, sonst haust du eh gleich mal an den Server. Ja, wenn es das nochmal abschmiert, dann können wir es mal versuchen, wenigstens. Gott, ich muss niesen. Server ist offen. Okay. Außerweise aber nicht ihren Gegnern. Wow! Gott sei Dank ist die Katzen gerade weg. Tja, okay. Boah, ich bin da relativ müde. Du bist da oben extra, ich hab das Portal extra da oben gemacht und trotzdem rennt da, aber ich bin da mir vorbei und direkt zu dir hin. Ja, es laget schon wieder. Oh mein Gott. Das ist mir jetzt ziemlich krass gelaggt. Das ist nicht so gut, würde ich sagen. Oh, ich bin gestunnt. Ja, war das Spinnennetz. Ich hab das Spinnennetz nicht gesehen. Ich schon. Ja, es laget schon wieder. Okay. Jetzt geht's wieder. Fuck, wo bist du? Ey, wo bist du? Ich bin da hingerannt, wo wir beide eben hingerannt sind, in den oberen... Ja, hier. Bin ich hingerannt. Du standst da bei mir. Bin da nur kurz zu euch gegengelaufen. Ich seh dich hier doch noch kaum. Ich leuchte ziemlich stark. Ja, aber ich seh hier ansonsten nichts. Ja, auch nicht gerade. Ich folg dir einfach in ein bisschen Abstand. Die ganzen kleinen Drecksvieh, die hier sind, die gab's damals gar nicht, als ich hier gespielt hab. Was gab's denn damals überhaupt an Gegnern? Die Rattenviecher gab es, die Rifthounds. Also diese komischen, äh... Was sind das? Diese Ameisenviecher, die gab's damals nicht. Okay. Ich hab einer ziemlich frühen Beta gespielt, eigentlich. Ich wundere mich die ganze Zeit, warum ich dich nicht höre, wenn du angreifst, aber dann fehl mir auf, ich hab meinen rechten Kopfhörer nicht aufgesetzt. Wieso greife ich nur von rechts an? Nee, du warst... Du bist bei mir jetzt gerade rechts am Bildschirm gewesen. Oh, das hab ich gar nicht gesehen gehabt. Ich guck ein bisschen auf die Karte noch nebenbei. Ich so überhaupt nicht. Hallo, Argo auf mich, Leute. Ich mein, ich komm schon als letzter in den Raum, ne? Und trotzdem haben die Hälfte Argo auf mich ungefähr. Okay, die helft's vielleicht nicht, aber... Trotzdem viel mehr als hätten sollten. Ich hab grad drei Misses hintereinander. Ich hab's eigenes gehabt. So wie trifft man da eine Waffe ganz selten? Vielleicht ja eine Zweitwaffe. Kannst du dich wahrscheinlich noch hochskillen, oder? Offhand? Ja. Oh, hier ist ein geheimer Weg, den man auf der Karte nicht sieht. Ich hab grad ne Kiste auf und das ist nur irgendwo in Dreck rausgekommen, den ich nicht brauche. Oh, Scrap. Ich hab schon wieder alt gedrückt, um irgendwas aufzuheben. Wo ist denn der geheime Weg? Äh, der ist nicht so geheim, man sieht dich noch nicht auf der Karte. Meinst du den hier? Du leckst mir hier in der Wand? Ja, den mein ich. Hab hier mein erstes Set gefunden. Nice. Schön, dass du bei mir in der komplett anderen Ecke des Raums stehst und trotzdem die Viecher angreifst. Jetzt stehst du nur rum? Ich hab grad ne große Spinne getötet. Ah, okay, die war bei mir schon lange tot. Ich versteh's nicht. Alter, macht das Schaden. Was? Die Spinne. Da hinten ist die Schatztruhe. Ich war grad auf 58 Leben, One-Hit. Oh mein Gott, lag das alles. Ich sollte mal gucken, ob die Fernkampfwaffen vielleicht wirklich Schaden machen. So ein bisschen. Also ich hab in meinem Haus spielstern, glaube ich, ne... Ich hab da jetzt noch ne Set oder so, also ne gute Waffe gefunden, aber ansonsten... Oh, ne blaue Waffe. Und bei mir auch, äh, Explorers Clover, Cover, Cover, was auch immer. Guck euch nach, was es bei mir war. Äh, ich hab ein Set gefunden. 70 Armor. Macht Physik und... Ja, das nehm ich einfach mal. Ist doch ein bisschen weniger als meins, aber ansonsten. Äh, das blaue ist eine... Alter, ein Schulter-Armor. Welcher? Wie hieß das? Ein Explorer. Ist ein Set... Guardsman's Helm. Den hab ich auch auf meinem Hauptcharakter. Ich hab aber Guardmans Schulterpanzer gefunden, den kann ich überhaupt nicht benutzen. Äh, brauchst du ein 92er Schulterpanzer mit 19%... Nein, mit 19 Defensibility. Was hast du für einen aktuell? Äh, 56er mit 2% Cunning und 17 Offensive Ability. Äh, da. Noch ein Set. Oh, ich hab neun... Hab ich neun Skill? Ne. So, ich hab neun Skill. Recurri-Eiser Shield. Was ist denn das? Äh... Was ist denn das? Keine Ahnung. Okay, die Hose gibt mir mehr Armour. Oh, 50er Schuhe. Achso, Mist conducted. He, die können wir nicht mal benutzen. Wenn ich sie anziehe. beaconning. Oh, ich bin gelevelt. Ich sortier mal ganz kurz mein Inventar. Brauchst du 86erhandschuhe? Äh... Warte 86, ne hab ich schon Okay, 77er Hosen Moment, ich bin grad beim Skillen, ich kann grad nicht so Aufpassen, Charge Levels 2 Fassig, Damage macht das für Ich leg mal was da hin Ja, ich hab ein Skill, der mein Wenn ich low bin, dass ich dann Weiter Dass ich dann mich wieder hoch halte Nice Brauchst du ne, ne die brauchst du nicht hier Hab ich denen ja heute schon ne bessere gegeben Hast du denn da alles aufgesammelt? Kannst du ja? Von mir her kommen wir wieder zurück Rare Parsha, wobei Diese ganzen Rare Components Ich weiß gar nicht was du alles findest Ich auch nicht Das ist ne kleine Spende, what the fuck Die macht mich tu it Ich hab übrigens 2200 Leben Hm, ich hab 866 Und ich bin immer noch nicht gelevelt Ich bin noch Level 21, ne? Ja Schon 23 Ich hab grad zwei Misses auf einmal gehabt Also bei meiner Special hab ich grad zwei Misses Schon wieder Schon wieder richtig viele Misses So So Ich kann mir von meinem zweiten Charakter noch In Äh Mein Helm holen Dann hab ich ein Zweierszeit schon Ich glaub ich hab das Guardsman Helm Scheiß Scheiß Alter Ist schon wieder fast gestorben? Ja Ich hab schon wieder einen Trank genommen Was? Oh, ne Shotgun Gott, ich sammle die ganze Zeit irgendwas Weißes auf meine Dings In der Mitte 56 Aber die ist Two-Hand Die macht minus 406 Schaden Ja, vielleicht hast du dich auch schon auf Nahkampfwaffen geskippt Und das machen die nicht mehr so viel Schaden Ja Und Shotguns machen natürlicher So natürlicher Two-Hand What the fuck Geht's euch mit den Lags hier drin oder? Ist das immer noch ziemlich viel Jetzt geht's gerade Du triffst übrigens gar nicht Ich weiß, hier hat die ganze Zeit Miss, miss, miss Du hast die ganze Zeit eine Wand angeschossen Also ich hatte aber die ganze Zeit die Spinde angeschossen Und hat die Wo zum Teufel sind wir? Bei den Abadons Starrooms Ach, wir haben einen riesigen Umweg in der Rocke Ja, wenn du das ganze dann nochmal erkundern Äh So Was glauben wir noch haben? Wir haben noch Vier Minuten Hauptsache wir haben erstmal einen richtigen Umweg genommen Wir haben den ganzen kleinen Scheiße erkundert Das ist hier übrigens extrem riesig Ich merk das schon Weil da hinten die Starrooms Und die also nach links weiter geht auch noch mal ziemlich weiter so Okay, du merkst bei mir auf der Stelle Ne, das ist das immer bei dieser Stelle Hier ist das damals immer abgestürzt und hier fängt es darum anzulegen Genau bei diesen Sachen Hm, ich merk das schon Wollen wir erstmal die Strauss mal Obwohl ich glaub das war nicht mal so kleine Sollen wir die erstmal machen wir das besser glaube ich will nehmen Wollen wir die sicher? Ne, noch weiter nach links also Nach, äh Du Scheiße Ja, hier allein Mit irgendwelchen neuen Viecher Beziehungsweise Die ich's damals noch nicht gehabt Das macht irgendwie kaum Schaden Ja, wenn's, wenn, wenn da steht, dass das 400 Schaden weniger macht Also nein, das macht 400 Schaden weniger als meine anderen Waffen Als sie zweit machen, macht sogar 7 Schaden mehr Aber meine Einen Waffen sind halt total übers gilt Weil die schon blau und gelb sind Und die eine gelbe ist sogar Nein, die blau und grüne und die eine grüne ist sogar verbessert Okay, ich hab nicht geert, ich ging's doch nicht so weit weiter aber Nur zum Glück, ey Also so schlecht macht die Waffe eigentlich gar keinen Schaden Ja vor allem, du überlebst jetzt mehr Weil ich einfach alles tanke Ja, weil ich jetzt wirklich nicht stimmt Auch hier waren wir schon Hier sind wir eben durchgegangen Aber jetzt muss ich viel mit der Perspektive arbeiten Alter, die Waffe ist gar nicht schlecht Vier Schuss brauch ich ganz knapp für so'n Vieh Und wie viel Schläge brauchst du sonst? 1 oder 2? Slack, danke Wie viel Schläge du brauchst, hab ich gefragt Weiß ich nicht, ich kann nicht ausprobieren Brauch ich nur in so'n Rift Hound oder was das war Den war ja getötet schon Schuss Okay, wir müssen hier sogar Also wir müssen hier jetzt hochgehen Weil da hinten, obwohl, da können wir noch hochgehen Aber naja Du lägst Wie ich lege Du stehst auf der Stelle Du bist jetzt aber schon hier weitergegangen, ne? Ja, also ich bin nicht hier vorne Ich schlag da mal ein bisschen in die Luft an Oh mein Gott YOLO Oh mein Gott, der kotzt mich an mit Feuer Miss, okay, Miss ist nicht so gut Okay, ansonsten 1 hätte ich die Also meine FPS sind auch nicht grad die besten, muss ich sagen 38 36 Über 26 Oh fuck Bin gelevelt übrigens Oh hier ist ein Re-Animator, den muss ich töten Viel Spaß Ich komme gar nicht so nah an die ran, Alter Boah Boah Falsche Taste gerade gedrückt die ganze Zeit Ich fühle mich ein bisschen verarscht, weil die Viecher meistens 1000 Meter vor mir wegstehen Und ich trotzdem richtig viel Schaden kriege Ja, es gibt auch Fernkampfviecher Ja, aber die schlagen zu und dann kriege ich erstmal Schaden Ich hab übrigens nur ein paar Tränke gekauft Falls die Leute wundern, warum ich so viele Tränke hab Ich möchte nicht Unser Timer klingelt gerade Ich hör's Dann würde ich sagen, wir machen den Fight hier noch zu Ende Gott, das war grad ein epische Schlacht hier vorne an der Tür Ja Bis hin, ja So, dann würde ich sagen, ich hoffe es euch gefallen heute Bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao Tschüss